Ein Bauer sitzt in der Eisenbahn und fährt so dahin und vis-a-vis von ihm sitzt jemand und der schaut sich beim Fenster aus und sagt 33, 58, 122. Ich sage, entschuldigen, was machen Sie da? Ich sage, ich wollte eigentlich früher mal Computer werden und deswegen sind Zahlen, das ist einfach meins. Ich muss einfach zählen. Und ich weiß nicht, Computer 0 und 1. Und ich zähle da Zaunlotten. Ich sage, ich zähle in den Zaunlotten. Ja. Ich sage Ihnen was, ich bin Bauer und wir fahren jetzt gleich an einem Bauernhof vorbei und da sind Schafe auf der Weide. Das sind meine Schafe. Könnten Sie mir das zählen? Ich sage, selbstverständlich. Ich sage, was auf, kommt gleich, da schaut sich beim Fenster aus. Jetzt ist er da. 224. Ich sage, ausgezeichnet, das stimmt. Ich habe sie nämlich gestern zählt. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe die 4 zählt und durch 4 dividiert. Vielen Dank.